Willkommen zurück zum Let's Play Sam & Max. Wir sind hier auf Skunkapis Schiff, haben das Gehirn letztens wiederbelebt und reden mit Superball, der mittlerweile festgestellt hat, dass Skunkapi böse ist. Und ich nenne ihn nicht Skunk Ape. Forgive me, Mr. President, but unless you can find General Skunkapis' homing beacon and place it on him, we're powerless to stop him. What did this homing beacon look like? It's a Standard Issue Intergalactic Correctional Facility Inmate's Badge. It can't be destroyed, so the only way he could have gotten rid of it is by giving it to someone else. We're a Skunk Ape now. We can't track him without his homing beacon, sir. This will require some traditional detective work. Will reckless and irrational detective work do? Cause that's all we know. I'd recommend starting with some of his known contacts. We have to open an unstable trans-dimensional gateway? You must have lost your senses, man! The odds against that are astronomical! Even if we did know what that was. The gateway is the easy part, sirs. Dr. Mama Bosco's reckless and blasphemous work tearing down the fabric of reality could be useful. What do we need from Mama Bosco? Her dimensional destabilizer can open a gateway to the penal zone. Anyone wearing a prisoner's homing beacon will be returned to justice automatically and scientifically. I'm pretty sure I never heard of a Department of Homeworld Security, Agent Superball. Established in 1901 by Theodore Roosevelt after President McKinley's assassination by one of the insectors of the Nebulon Empire. I'm President of the United States! Why didn't I hear anything about it? It's explained in books, sir. Oh, right. Is that why you were hanging out in our office so much last season? I mean a few months ago? To protect Max? Uh, sure. Wow. I feel really close to you right now, Agent Superball. Likewise, sir. A bit too close. Okay, also Superball hat uns berichtet, was wir tun müssen. Don't worry, Superball. We'll hit that gorilla, where it hurts the most. Right in the penal zone. Yes, I get it, sir. Was wir tun müssen, damit Skunkapi besiegt es. Das, was wir ja schon am Anfang gemacht haben. Max, this unassumte Telephone unlockt the gift of Teleportation. Immer diese Leute, die mich unter... Darf ich jetzt reden? Ja, gut. Werd ich nicht mal von einem Gichern unterbrochen. Gut, gut, gut. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Aber müssen wir jetzt das Teleporter-Tickens benutzen, oder können wir endlich mal die Tür uns da angucken? Weil die will ich lieber angucken. Weil die ist plötzlich grün geworden. Das ist so ein bisschen verdächtig. Tatsache, die gehen da rein. Also können Sie sich das ein wenigstens ausbauen. Congratulations. Prepare yourself for a fabulouslyufallof-worldvacation, courtesy of General Skunkapi. I'm very excited. Why aren't there any doors? You'll feel a slight tingle as we take your personal items for safekeeping. Slight tingle? Whoa, hey now. Oh, ha ha! Screw the vacation! I want to keep doing this! Error. Cannot remove inventory. Where do you keep your personal items? It's none of your damn business, Computer. Very well. Beginning Mole Man Processing. Sam, why is the floor so slippery? For the comfort of guests waiting outside, please refrain from screaming or crying out. What? Do you smell something burning? Sam, why haven't we ever seen any Mole people come out of here? Enjoy the rest of your experience. And remember that your sacrifice is for the glory of General Skankabe. Sacrifice? Are we going to die, Sam? Depends on whether we can think of a way out of this death trap, little buddy. Ähm, ja, doch ganz einfach. Teleportation. Und zwar... Oh, zur Suppe können wir uns auch teleportieren. Cool. Wir teleportieren uns zu den Korps. Aber das ist dann bei unserem Wagen. Dann werde ich da auch mal gleich die anderen Sachen noch anrufen. Vielleicht schalten sie sich so dann... Das ist weird. Harry's phone has been disconnected. Das ist weird. Harry's phone has been disconnected. I'm dead right now. But feel free to call again later. Mr. Pizza? I want an extra large thick crust with one half peanut butter and passion fruit. The other half with watermelon only. Do you want cheesy dingles, Max? You have to ask? Okay, and two, no, three orders of cheesy dingles. Gouda? No, Brie? Right. An extra fudge sauce. Okay, thanks. How long till it gets here? Probably never, Max. Nobody answered. Ich will jetzt auch so was. Sybil is still on her honeymoon. Kind of pointless to try and call her in retrospect. There's no answer. Okay. Was haben wir jetzt? Ach, wir haben ja gar nichts. Stimmt. Uns wurde ja alles weggenommen. Ist aber kein Problem. Wir gehen einfach rein und holen unser Zeug wieder. Das war nämlich diese Vision mit Ah, da ist ja mein ganzes Zeug und so. Und dann geht es zu Mama Bosco, würde ich sagen. Teleportieren wir uns dann direkt dorthin. Da brauchen wir nicht laufen und alles. Da hin. Ja, nimmt... Da guckt sie sich nur an. Hey, it's all my stuff. Ja, jetzt haben wir wieder alles. Naja, so viel hatten wir ja nun auch nicht, ne? Ähm, und Sam, du wirst... Ach, Sam. Ich bin auch so ein Sam. Max, du teleportierst uns mal zu, äh, Mama Bosco. Das ist als ne Fliege, die nervt. Fliege, geh weg! Ich dachte aber eben auch, wittig. Ach, die Scheiße. Ach, die Scheiße. Autsch. Hey, you guys can't do that to me. Looks to me like we just did. At least get me back my sidekick. You'll get the rabbit once Jerome's done working him over. Na, klasse. Hab ich gut gemacht, ne? Teleportiere ich mich mal? Äh, wohin teleportiere ich mich mal? Ähm. Und? Was? Ah, ja, jetzt. Ach, ich kann mich hier auch noch weiter bewegen. Ist ja auch mal interessant. Äh, klar. Und Max ist schon oben. Natürlich. Und jetzt? Ja, und was soll ich jetzt hier? Ich verstehe noch nicht ganz, was ich hier soll. Oh, hi. Ich erinnere dich von der Rezeption. Huh. Äh, da hat er was. Oh, hat's fein gelassen. Hey, careful, will you drop that thing. Gut, dass ich mich noch ein bisschen bewegt hab, sonst hätte ich die Taube nicht gesehen. Gut, dass es so unauffällig ist mit den Glitzern. So, erstmal wieder runter. Na, ach komm, ja, renn mal gegen die Wand. Ja, ach komm. Max steht mir in den Weg. Normalerweise wird er immer beiseite gestoßen und hier jetzt... Ich habe jetzt einen Verlobungsring. Warte mal, wir teleportieren uns mal wieder zu den Cops. Vielleicht kann uns der Scanner diesmal was helfen. Vielleicht. Achso, ich brauche ja gar nicht rumherumlaufen, ich brauche es nur anklicken. Ja! Okay. Hm. Also irgendwas brauche ich noch. Irgendwas brauche ich noch. Aber was? Ist sie eigentlich mittlerweile wieder drin, ne? Oder weiterhin weg? Oh. Oh. Not even the freelance police can put me in a bad mood today. Do your worst. Oh, new thing! He he. It is pretty cool, isn't it? But don't touch! And no animals on the counter! How's life as a multi-millionaire, Grandpa Stinky? So, you're starting to regret handing over that ticket, are you? I almost feel bad taking it from you. But consider it a life lesson. You're gonna be a lot more clever to outsmart an old salt like Stinky. What are you gonna do with all the money? Oh, I already give it away. You what? To General Skunkape. Haven't you heard him talk about the big plans he has for the planet? Inspiring! And since he made me a second in command, I never have to worry about money again! Okay. Dem Ganzen werden wir aber erst im nächsten Part näher auf die Spur gehen. Und ja. Bis dahin dann. Tschüss, eure Tai. Bye!